Man hat natürlich Vorstellungen von dem Land oder von dem Kulturbereich, aber es ist immer was anderes, wenn man selber in das Land fährt und sich selber ein Bild machen kann. Und deswegen bin ich echt gespannt, wie es ausschaut und wie das Essen ist und wie die Leute sind und alles. Ich bin echt gespannt, wie es ausschaut und wie es ausschaut und wie es ausschaut. Ich bin echt gespannt, wie es ausschaut und wie es ausschaut.